Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Life is Strange Ja, ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen, ich habe das Spiel nämlich nicht gespielt, ich habe keine, oder Okay, mit leichtem Sternchen zu genießen, keine Reviews und keine Let's Plays dazu gesehen Ich habe mal irgendwann vor ewigen Zeiten, als das Spiel gerade rauskam, mal irgendwas gesehen, aber ansonsten habe ich davon null Ahnung Ähm, und ich dachte mir, da mir vor Ewigkeiten, ich glaube, Krian oder Garg mitgeteilt hatten, dass das auf Steam für Lau ist und ich jetzt Zeit habe Könnte ich mir das ja eigentlich mal antun Also, springen wir rein Ich habe eigentlich nicht wirklich gespielt, ich hatte zwar einen kurzen Spielstand, aber auch eigentlich nur, um standardmäßig so den Audio-Kram zu checken, ansonsten nichts Die Einstellungen hatte ich, glaube ich, soweit schon gemacht Alle Rödel, rödel Ich hoffe nur, es löscht die nicht mit dem, nein, mit dem Löschen vom Spielstand löscht er auch nicht die Einstellungen, aber das hier, na toll Also, ich hatte das und das Und das Und das sollte die Settings hier auch wieder einpassen Wenn da nochmal was nicht stimmt, dann Muss das zur Not einfach mir nochmal mitgeteilt werden Dann wird das geregelt Ich weiß nicht, wie lange die Serie geht, ich weiß nicht, ob ich das Spiel zu Ende spiele Aber ich dachte mir, ich fange es zumindest mal an Wenn ich nach der ersten Episode feststelle, okay, habe ich keinen Bock drauf Moment, muss ganz kurz raustappen Wenn ich feststelle, okay, habe ich keinen Bock drauf Ungefähr so wie bei Transistor, weil das dann doch nicht so mega war Wie ich fand Äh Dann Versinkt das halt Ähm Ähm Äther Okay, Intro-Szene Äh, mal Licht ausschalten Hier ist ja Gott sei Dank überall schon dunkel Dann passt das auch ganz gut von der Von der Atmosphäre her Und dann schauen wir mal Untertitel sind eingeschaltet, so wie sich das gehört Woher bin ich? Was ist passiert? Ich bin in einer Sturm? Wie habe ich hierher? Und woher ist hier? Warte, da ist das Lichthaus Ich werde sicher sein, wenn ich es da kann Oh, ich hoffe Bitte, lass mich da machen Okay, fängt erstmal creepy an Und wir haben die Steuerung Cool Sprint-Taste Sprung-Taste Rechtsklick Macht alles nichts Also nur laufen und rumgucken Cool-Story Ist der auch näher auf dem Dingsi Guck mal Und das sieht ja eigentlich ziemlich cool aus Blackwell Irgendwas Spoopy Face Sie hat geschworen Verfluchte Scheiße So was kann man ja keinem Kind zeigen What do you think about that? That was so surreal Famously called film Little Pieces of Time But he could be talking about photography As he likely was Okay I'm in class Everything's cool I'm okay From light To shadow From color To chiaroscuro Now Can you give me an example Of a photographer Who perfectly captured The human condition And black and white I didn't fall asleep And That sure didn't feel like a dream Weird Diane Arbus There you go, Victoria Why Arbus? Because of her images Of hopeless faces You feel like totally haunted By the eyes of those sad mothers And children She saw humanity As tortured, right? And frankly It's bullshit Shh, shh, shh Keep that to yourself Look at this crap Ah, okay How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now Seriously though I could frame anyone of you in a dark corner And capture you in a moment of desperation Ah, okay If anybody else looked at this What would they think? Guter Gott Gibt's hier viel zu lesen Blackwell Academy angenommen Ich kann an die Blackwell Ich ziehe um Schätze Neue Welt Sieht ihr Leben Das Reality TV Show Ich finde ja solche Bücher eigentlich ganz drollig Nur leider habe ich zum Beispiel für sowas kein Talent Kate Marsh Und lieb und nett Ihr Drama hat mich bereits angesteckt Ja, so läuft das leider Helden des Alltags Reise nach Frisco Hausaufgaben Ray Brad Burigelin Na Gott sei Dank wenigstens Battle Royale Kennt sie Einer der Lieblingsfirme meiner Freundin Äh Bilder Halloween Party Wenigstens versuche ich aus mir rauszukommen Okay Und jeder von euch kann das mit mir Ist das zu easy? Ich kann nicht glauben, dass ich noch habe dieses Pencil Ich sollte aufgreifen zum 21st century Aber ich mag es altkohol Sie hat eine brillante Augen Also Sie könnte haben einen anderen Anspruch Ich muss sagen Ich bin ein großer Fan von ihrer Arbeit Sch, 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 sch Ich glaube, Max hat das gemacht, was ihr Kinder nennen ein Selfie Eine dumme Wort für eine wunderbare Fotografische Tradition Und Max hat ein Gift Ich bin ein Wie alle wissen, die Fotoporträt hat sich sehr populär seit den 18.000 Jahren Ihre Generation war nicht die erste, um die Bilder zu benutzen für eine Selfie Erinnerung Entschuldigung Entschuldigung, ich kann nicht resisten Der Punkt ist, dass die Fotografie immer ein wichtiges Aspekt der Kunst und Fotografie für so lange wie es hat Jetzt, Max Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation Can you please tell us the name of the process, the gave birth to the first Self-Portraits Äh Ja, sowas Ich weiß ja viel, aber das nicht L-let me think Ähm You either know this or not, Max Is there anybody here, who knows their stuff Peter Who created Daguerreotypes A process that gave Portraits a sharp reflective style like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face Bitch Okay, das haben wir schon angeschaut Oh, Tasche Nein, ich wollte in die Tasche schauen Denken I'll fly out with the winner to San Francisco Where you'll be fedded by the art world It's great exposure and it can kickstart a career in photography So Stella and Alyssa get it together Taylor Don't hide I'm still waiting for your entry too And yes, Max I see you pretending not to see me Pfff Seufts Okay Victoria doesn't waste a second kissing ass Even her school books are gift wrapped I can't believe she made fun of me in class What is she 15 years Of course Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything Can I just use it? She'll have better equipment than Blackwell Can I here rumtippen? Ne Vollgepackt features, bla JPEG Das ist doch keine professionelle Kamera, wenn die JPEGs rauspannert Steht hier Click Oh, Computer Moment, ich muss mal gerade das Overlay abschalten Äh Okay Okay Photoshop Oder Drop Lightroom, je nachdem Kate sieht so sad und kalt heute Hi Kate Oh Hi Max Pff Kate I hope I didn't embarrass you with my lame answer It sucks to be dragged into the spotlight Unless you're Victoria She's got nothing on you, Max Ah, Mücke Mücke Die sieht auch irgendwie ein bisschen emo aus Victoria, don't care Uh, Fotos Witzig, dass das alles eher aussieht wie Gemälde und nicht wie Fotos You can never escape the lighthouse here Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me This is ridiculous I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Um, yes, excuse me No, Victoria, excuse me I'd never let one of the photographers future stars avoid handing in her picture Do we have to? I just don't think it's that big a deal Max You're a better photographer than a liar Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you But life won't wait for you to play ketchup You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift You have the fever to take images To frame the world only the way you envision it Now, all you need is the courage to share your gift with others And that's what separates the artist from the amateur He even has the best plasma HDTV for a class monitor Can't wait to watch some more documentary on this bad boy Here's the poster for the contest Mr. Jefferson really expects me to enter Why? Warum? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für meine 15 Minuten der Infamie. Weil Max will alle sehen, wie fit sie ist. Sie spielt es so schade. Ich brauche einen wirklichen Zeitpunkt in dem Bad. Ich blöde Wasser auf meinem Gesicht und fühle mich nicht wie ein totaler Verletzter. Ich liebe das Glas, es ist so f***ing schade. Nein, ich habe gesagt, warum sie so schade ist. Und... Cue Musik. Oh, Evan? Evan sagt nicht viel zu mir, aber seine Fotos sind sehr cool. Schließfach. Ich liebe es, dass alle in meinem Lager sehen. Ich liebe das Bild von Mutter und Vater. Ja. Hallo, Jack. Kiss, Kiss. Andy, du bist wirklich fantastisch, wie immer. Hm. Ja. Diese Bilder muss nicht immer sterben. Stella ist immer tief in ihren Augen. Sie kam nicht zu Blackwell um sich herum. Das ist Dana, die mit... Ich glaube, sein Name ist Justin. Dana ist auf meinem Boden, auch. Sie ist so ein archetypischer, gelliger Vorbilder. Sie müssen sie in einer Fabrik machen. Ich sollte nicht so kattig sein. Dana ist schön bei mir. Ich habe gesehen, dass Brooke mit Warren hängen. Sie sieht aus wie sein Typ. Wer ist Warren? Nicht der da? Ist das Warren? Ne, Evan. Habe ich mir die schon betrachtet? Da ist Taylor, die immer für Victoria wartet. Ich denke, das ist Courtney. Sie ist so eine Schlage zu Taylor und Victoria. Ich vermisse ein Poster. Was steht hier drauf? Sie sieht aus wie sie seit Monaten sind. Blablabla. Ja, Stern auf der Innenseite des linken Handgelenks. Ist so ein Standard-Tattoo. Automat! Sie sollten es nur eine Zucker-Maschine nennen. Das wäre toll, wenn du Geld in da und eine Zunge von Zucker zerfst. Ich brauche kein PC. Ich vermisse das Poetry-Gam-Try-Off. Und ich habe keinen Backpack. Mindy! Ich will irgendwie E drücken, um zu interagieren. Ich sollte sie kontaktieren, um zu wissen, was ich tun kann. Als ob ich bin. Umweltverschmutzung... Ist das immer noch die? Ja, das ist immer noch die. Noch ein Poster. Gut, dass ich meine AK zu Hause verlassen habe. Da ist Hayden. Ein anderer Vortex-Klub-Bro. Aber er ist eigentlich nicht ein Ass. Impressiv! Oh, ich kann gar nicht warten, um zu nie zu cool sein wie Nathan und Victoria. Lame! Ähm... Der Vortex-Klub. Bald. Bestes Poster aller Zeiten. Es sieht aus, wie sie seit Monaten ist. Immer noch das Poster. Was ist die Toilette? Ah, hier gibt's mehr Leute zum angucken. Ich bin da. Ich bin da. Ein weiteres Vortex-Klub-Dinciple. Gott, Samuel ist so ein wierer. Aber ich mag das, wie ihn erinnert. Trevor. Er ist süß. Ich mag Skater-Klubben. Zwei Brüder, die mich nicht mag. Oh! Ich sollte ein paar Schul-Spirite entwickeln. Geht, Team. Halloween. Mein Lieblings-Klubben. Miss Grant. Ich hab erst gelesen, Miss Granit. Ich bin ein großartiger Wissenschaftler. Der Principal kommt nicht aus seinem Büro. Wurzelt. Gut. Niemand kann meinen Meldung sehen. Außer ich. Ich fühle mich, dass das Universum mich hauptet. Alle, wo ich heute gehe. Es hat alles angefangen, mit dem Bizarro-Dremen-Klass. Bin ich verrückt? Vielleicht. Vielleicht. Ich komm hier eigentlich kaum zum Reden, weil hier so viel erzählt wird und passiert. In Anführungsstrichen. Natürlich, wie immer. Just relax. Stopp, dich zu retten. Du hast ein Geschenk. Fuck it. Nein! Aber warum? Wenn eine Tür öffnet, öffnet sich eine Tür. Oder etwas wie das. Okay, aber du kannst dich nicht auf die Tür öffnen. Das ist jeden Tag. Schmetterling. Sorry. Äh, Jake macht gerade Krach im Hintergrund. Ich muss mich dann gleich nach der Folge mal um Captain Igloo kümmern. Schauen wir, was der für ein Bewegchen hat. Das ist cool, Nathan. Kein Stress. Du bist okay, Mann. Nur drei. Kein Angst. Du wirst diese Tür öffnen. Wenn ich es will, könnte ich es aufbauen. Du bist der Boss. Also, was du willst? Ich hoffe, du hast den Perimeter, wie meine Step-Ass würde sagen. Jetzt. Ich habe nichts für dich. Ich habe nichts für dich. Das ist meine Familie, nicht ich. Oh, boo-hoo. Poor little rich kid. Ich weiß, dass du trögerst und schädelst für Kinder hierherst. Ich hoffe, dass deine Familie rechtfertigt würde mich helfen, wenn ich sie gehen würde. Mann, ich kann jetzt sehen, dass ich die Hörgerst. Lass sie weg von dieser B****. Ich kann sagen, dass alle, Nathan Prescott ist ein punker, der wie eine kleine Mädchen und spricht mit ihm. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du mitst. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm schon, das Ding runter. Komm schon! Sag mir, was zu tun. Ich bin so krank von Menschen, die versuchen, mich zu kontrollieren. Du wirst in hell und mehr Probleme für das, als Drugs. Niemand würde überhaupt noch deinen Punk-Ass, würde ich? Geh die B**** von mir weg, Psycho! Nein! Wow. Was der B****? Wie kann das sein? Ich war in der Büchern, er schießt die schlechte Mädchen, ich habe meine Hand, und dann bin ich hier zurück. Ich habe schon gehört, diese Lektion. Von Licht zu Schatten. Von Color zu Schatten. Jetzt ist Kate wieder zu Hause. Und wenn Victorias Telefon ringt, das ist echt. Oh, B****! Kannst du mir ein Beispiel, wenn ein Fotografen die Menschenkondition in black and white okay, wenn ich verrückt bin, dann könnte ich auch alles weg gehen. Bueller? Kann ich tatsächlich die Zeit zurückversetzen? Warum Harvest? weiter, weiter, komm zurück, Kamera! Ich habe es geschafft! Kannst du das machen? Ich habe es tatsächlich geschafft! Ich bin eine menschliche Zeitmaschine. Ich bin eine menschliche Zeitmaschine. Wer? Wer? Max! Nicht noch! Nicht noch! Okay! Dann! Wenn ich meine Selfie habe, Jefferson fragte mich eine Frage. Wenn er das wieder macht, dann werde ich das wirklich wissen. Das ist ein Selfie. Eine dumme Worte, für eine wunderbare Fotografische Tradition. Und nicht mehr. Ich weiß, dass ich das nicht träume. Es ist wirklich. Okay, dann erzähl doch mal. Ja. Hm. Ach, ich würde einfach raus. Entschuldigung, aber ich muss wirklich das Wettbewerb nutzen. Schön, Max! Aber du wirst nicht so schnell weggehen. Wir können noch mehr nach der Klasse sprechen. Ist es jemand, der hier weiß, der seine Stimme ist? Ich habe eine französische Schilder. Und ich brauche Zeit, um die Mädchen zu retten. Ein Prozess, die die Porträte gegeben hat, einen scharf reflektiven Stil. Und dann... Du bist total in der Retro-Zone. Schade. Sehr gut, Viktoria. Was, wenn ich wieder zurückkehrehe und ihm die richtige Antwort gebe? Bla 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 bla. Die geht mir irgendwie sauf auf den Sack. Ah. Jetzt, Max! Seitdem du unsere Interesse getroffen hast und sicherlich willst du in der Gespräch, kannst du bitte... Die bla bla bla... Der Daguerre-Prozess. Inventiert von einem französischen Schilder namens Louis Daguerre, im Jahr 1830. Okay. Okay, wir können das auch nicht skippen, schade. Okay, also zumindest das hier müsste sich jetzt eigentlich schon mal verändert haben. Anders wäre mir lieber. Okay. Da ist eine Kamera, die habe ich gar nicht gesehen. Kamera begucken, das ist keine Super 8. Du kannst nicht gehen, Max. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit mit der Welt. Victoria hat nicht von diesem Ort gelegt. Ja, die steht halt einfach im Weg. Geh weg. Entschuldigung, Herr Jefferson, kann ich mit dir einen Moment sprechen? Ja. Entschuldigung. Nein, Victoria. Entschuldigung, wir. Ich würde niemals eine von der Fotografie verabschieden. Ich werde nicht verabschieden, sondern... Okay. Okay. Entschuldigung, Herr Jefferson. Okay. Entschuldigung, Herr Jefferson. Das ist eine sehr nette Art, die Steuerung zu nennen. Aber ich bin sicher, dass du jetzt über 1000 Pics hast. Es dauert lange Zeit, um einen guten einen zu finden. Max? Du wirst nicht zu lange warten. John Lennon... Ah, okay. Also einmal das. Das. Das geskippt. Dann einmal hier raus. Okay, betreten. Butterfriiii Okay. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Schub. Nobody would ever even miss your punk ass with that. I can't get away from me, Psycho. No, reicht nicht. Also, schneller zurück, Dingsen. Don't ever tell me what to do. People try to control me. You are going to get in hella more trouble for this than... No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Wrecked. You look a little stressed out. Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future. Good chill. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max? Talk to me. Hmm. Ich würde sagen. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls room. Nathan Prescott? You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls bathroom. So what happened next? Then... Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Sorry? 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 Okay, okay, jetzt macht er auch Shift. Alles klar? Schwupp. Okay. Okay. I just got sick in class. Um, female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team 2 again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for three weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. You look a little... Hmm. Okay, we'll see him. And good is. Although... Eine Frage bleibt noch. Können wir das Gebiet vielleicht einfach so verlassen? Ich glaub's zwar nicht. Hold on, Max. Come back here. Na, war klar. You look a little stressed out. Ja, okay. Also, wir melden ihn. Skippen den ganzen Kram. Und auf geht's. Und ich denke... Wir sind jetzt bei über einer halben Stunde. Dass wir's dann für heute hätten. Warten wir noch, bis die Cutscene durch ist und dann... Ja. Wird Nathan Prescott, bitte kommen Sie zur Front Office. Danke. Okay. Ja. Ich denke, das hier ist soweit. Ganz gut. Gut. Dann, hey. Hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Hatte Spaß. Wenn dem denn so war. Dieses Gesicht irritiert mich irgendwie. Denkt dran. Ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Arcade. Bye Leute.